Straßen durch meterhohe Maisfelder, lange Geraden, Geschwindigkeiten von bis zu 200 kmh und ein Sprung über den Machlanddarm, der bis zu 40 Meter weit geht. Zumindest bei Julian Wagner. Er hat bei der Müllsteinrallye im Bezirk Perg den Schanzenrekord aufgestellt. Über den Sprung haben wir ordentlich fliegen lassen und dürften anscheinend die weitesten gewesen sein, aber hat das Auto eine sehr gute Fluglage gehabt und somit ist sich das alles wunderbar ausgegangen. Eine Rallye-Show, die für die Piloten bereits drei Stunden vor dem Start losgeht, mit der Besichtigung. Wir sitzen im Auto des Müllviertler Lokalmatadors Martin Rossi-Rossgatterer. Gemeinsam mit Co-Pilot Andreas Tauerböck notiert er vor dem Rennen jede Kurve und jedes Hindernis. Rechts kurz Achtung, Brems, links Dreieingang, in 20, rechts eins, Abzweig. Bei der Besichtigung erstellt man eben den Aufschritt des sogenannten Pace-Notes oder der Beifahrer schreibt das dann in sein Gebetsbuch und der notiert die ganzen Sachen, was ich mir ansage und der gibt mir das dann im Renn-Tempo nachher wieder. Und nach dem muss ich dann fahren und das am besten, schnellstmöglich. Kuppe gerade, Rihal, im Linkszug, hat der Abzweig. Ob jetzt innen in den Kurven irgendwas steht. Mettern soll ich, dass man auch die richtigen Bremspunkte erreicht und ja, dass man jetzt hauber fährt. Das Ziel von Martin Rosgatterer für die heutige Rallye, Top 5 in der Gesamtwertung. Kurz vor dem Start gibt Teamchef Raimund Baumschlager noch die letzten Tipps. Gerade was den Sprung über den Machlandtamm betrifft. Naja, ich meine, du kannst halt alles tun. Ich sage einmal, jeder der über 130 gefühlt jetzt da drüber fährt, der wird ordentlich gescheit springen und wird dann auch seine Travels kriegen, der wird schon hin werden zu der Schikane hin. Also der Großteil, glaube ich, wird wahrscheinlich Leichtspringer. Was auch vernünftig war, meiner Meinung nach, weil die Radl, die in der Luft sind, die beschleunigen nicht. Und da ist es gescheit, du bremst halt vorher ein bisschen ab. Insgesamt müssen die Piloten vier Sonderprüfungen mit 98 Rennkilometern bewältigen. Was neben der Besichtigung wichtig ist, ein perfekt aufs jeweilige Rennen abgestimmtes Auto. Dafür verantwortlich der Renningenieur. Wir haben da einen USB-Stick im Auto. Der zeichnet hauptsächlich die Daten vom Motor, Antriebsstrang, Elektrik auf. Und wir können da kontrollieren, ob alle Systeme funktionieren. Und auch ein bisschen, ob der Martin das Auto richtig nutzt. Also das heißt, ob er zum richtigen Zeitpunkt schaltet, wie er Gas am Bremsen betätigt. Am Ende steht Martin Rosgatterer mit seinem Skoda Fabia Rallye 2 Evo sogar auf dem Stockerl. Geschlagen nur von Johannes Käferböck und Seriensieger Simon Wagner. Er ist in der Vorwoche zum zweiten Mal vorzeitig österreichischer Rallye-Staatsmeister geworden. Da können wir schon stolz drauf sein. Das Team hat über das ganze Jahr keine Fehler gemacht. Er hat einen Top-Job gemacht. Der Gery, der Beifahrer. Unsere Partner haben uns auf die immer verlassen. Und von dem her, glaube ich, ist das schon ein toller Erfolg. Für Bruder Julian ist es weniger gut gelaufen. Er hat nach seinem 40-Meter-Flug seinen Boliden wegen einer kaputten Antriebswelle abstellen müssen. Von den insgesamt 85 Startern haben es 60 Piloten ins Ziel geschafft. Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers bei der Highspeed-Rallye in Berg 110 km h. Untertitelung des ZDF für funk, 2017